Auch hier aus dem Jahr 09171 groß ist er, hier ist er mit herrlicher Silhouette, Sir Fiedergold von Sarkozy aus der Siegerstute Fantastica, die Statsbremi-Stute seiner Zeit auf der Elite-Schau. Auch hier ganz vorne Fiedermark und dann kommt wieder die Baccarole, die Mutter des Diatano, Brentano, Macho, Barito. Vater Sarkozy, ja, Heinz-Viertel-Champion, Vize-Bundesschampion war er, in dieser Mutterstamm ja schon ganz genau durchleuchtet mit vielen Toppferden bis hin zur Grand Prix-Spitze. Genießen wir ein paar Momente dieses wunderschönen Sarkozy-Sohnes und Fiedermark, das ist immer eine Bank, ein Garant für Dynamik und Richtigkeit. Hier ideal kombiniert bei diesen Toppferden, Sir Fiedergold und Tanja Kampe. Ja, dieser Nobelmann, zu Recht im Prämienload der letzten Führung. Und wer ihn hier gesehen hat, am letzten Tag an der Lounge, der konnte schon erahnen, wie das unter dem Sattel einmal funktioniert und durch den Körper geht. Bei diesem Topp-Sarkozy-Sohn, Sir Fiedergold. Also das muss ich mal sagen, wie diese dreijährigen Youngster sich hier heute präsentieren, das kann kein Zufall sein. Das Zeug von grundsolider, vernünftiger Ausbildung über alle Stationen. Nicht nur die Station Beckmann, auch die Station Pape, Spree und vor allen Dingen auch eben unser Ponyheld dreidimensional. Glückwunsch hier an die Ausbilder, an die Reiter. Wir verabschieden Sir Fiedergold von Sarkozy. Boah, der Scheiß. Boah, der Scheiß. Boah, der Scheiß. Boah, der Scheiß. Ja, nicht immer nur die Dunkeln und die Schwarzen, auch Füchse haben ganz viel Qualität, wie wir sehen.